Hallo, wie kann es mir hilfreich sein? Und zwar, ich habe ein kleines Problem. Ich wollte gerade von meiner Abikasse Geld abheben und es hieß, dass mir nichts ausgezahlt werden konnte. Ah ja, okay, ich sehe das Problem. Und zwar ist letzte Woche das komplette Geld abgehoben worden. Da ist leider nichts mehr drauf. Gar nichts mehr? Gar nichts mehr. Das ist klar. Okay, dann haben wir jetzt kein Geld mehr für unsere Abikasse. Zaun. Eine Mauer wäre mir lieber gewesen. Moment mal, Sportsfreund. Haben Sie das Schild nicht gelesen? Unbefugten ist das Betreten des Schulgeländes untersagt. Man sagt mir immer, ich kann machen, was ich will. Und ich mach, was ich will. Ich habe nicht 4,1 Milliarden. Ich habe 8 Milliarden. Und sogar wenn ich auf den Fifth Avenue jemanden erschießen würde, würde ich keine Meter verlieren. 4,1 Milliarden. 4,2 Milliarden, 5 Milliarden. Und ich bin Nummer. 4,12 Milliarden. 4,13 Milliarden. 5,0 Milliarden. Wow, er ist nicht infiziert. Ach, und ich dachte, ich wäre der einzige, der normal geblieben ist. Okay, und was tun die hier? Ach, die? Die habe ich vorhin zusammen gemixt. Die könnten vielleicht hilfreich sein. Ich brauche eure Hilfe. Und sowas geht wirklich? Konzentrieren wir uns auf die Seuche. Seuche? Es ist dieser komische Typ, der gestern hier aufgekreuzt ist. Er verbreitet eine Seuche und jetzt verhalten sich alle so wie er. Und er wirft mit Geld um sich. Ach, das ist auch der Typ, der unsere Abikasse geklaut hat. Verschwenden wir keine Zeit. Machen wir ihn fertig. Agent H hat gerade das Blitzdienst gebracht. Das wird dir hilfreich sein. Da ist er! Hey, du hast die ganze Schule verseucht. Und unsere Abikasse geplündert. Ron! Mir gehört das alles hier. Auf der ganzen Schule und bald auch in der ganzen Welt. Wir müssen ihn vernichten. Super! Expedia uns! So kleine tun wir den Stimmstücken. So! Jetzt! Wir haben unser Geld wieder. Dank der Sparkassen-App kann ich unser Geld wieder auf unser Konto überweisen. Untertitelung.